Ich guckte zur Uhr, ich hörte sie nur noch. Ich konnte sie aber nicht mehr sehen. Ich kann das nicht lesen. Gestern konnte ich das noch. Professor sagte mir, setz dich hin, Junge. Wir haben schlechte Nachrichten. Wir haben festgestellt, dass du quasi über Nacht 80% deines Sehvermögens für immer verloren hast. Und du spätestens mit 50 blind bist. Noch schlimmer fand ich, dass mein Vater mich fallen ließ. Für ihn war ich plötzlich nichts mehr wert. Aber es sollte mich am Ende wieder stärker machen. Ich schätze seinen Enthusiasmus, seine Lebensbild. Das war nicht so abgehoben, dass von mir so ein arrogantes Arschloch ist, wie manch anderer eventuell sein könnte. Musik Auch wenn ich einiges nicht kann, habe ich gesehen, dass ich andere Sachen doch kann. Und das ist nicht die Aufgabe der anderen, mir zu sagen, was ich kann. Das kann ich mir nur selber beantworten. Ich komme nur einmal auf diese Welt. Und wenn ich mal die Augen zumache, dann weiß ich, ich habe alles gegeben, um aus meinem Leben das Beste zu machen.